Eine neue Fünf-Zimmer-Mesonet-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Krefeld. Das Mehrparteienhaus wurde im Jahr 2015 erbaut und 2015 saniert. Bei einer Wohnfläche von ca. 133 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Mesonet-Wohnung auf 1360 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020